Hallo liebe Minecraft-Freunde, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Und ja, wie versprochen, wie versprochen, weil, ne, Melanamaus braucht ja neue Sommerschuhe. Also, werden wir mal ein bisschen angeln heute. Reicht der Platz hier? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ah, ich bringe eben nochmal was weg. Heute wird nicht gebaut, heute wird nur geangelt. Folge wird auch nicht so lang. Oh, eingeplant sind 10 Minuten, das sollte reichen, hoffe ich zumindest. Ach, wir können ja da hinten zu den, ah, da gehen wir gleich hin, da gehen wir gleich hin. Hier hinten ist ja gleich Wasser da, da, da. So, ich will erstmal hier, Krempel muss weg. Das kommt hier rein, das kommt da rein. Groß, vielleicht hatten wir drüben. Ach, das sollte reichen an Platz, oder? Ich denke mal schon. So. Aber hier ist ja auch kein Riesensee. Lalalala, 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 die Musik passt irgendwie nicht zum Angeln, aber... Ach, hier ist ja noch Kürbis. Was, Zombie? Wo ist hier ein Zombie? Eigentlich hätte ich so eine ruhige Musik anmachen müssen, irgendwie, ne? Na ja, komm, wir gehen jetzt angeln, komm. So, mal sehen, ein paar Schuhe anbeißen, hier. Ein paar Sommerschuhe für Melanamaus. Jetzt heißt es, Geduld, Geduld und warten, bis was anbeißt. Da kommst du jetzt. Hui! Oh, was haben wir denn gekriegt? Oh, roher Kabeljau. So, direkt weiter, direkt weiter. Mal sehen, was noch alles so anbeißt. Vielleicht beißt ja auch so ein Kragenfisch da noch an. Die Musik passt überhaupt nicht, aber egal jetzt. Wir wollen jetzt angeln hier. Da kommen sie. Sie kommen. Bis! Und, was haben wir jetzt? Uh, schöner roher Lachs. Oh, 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 ich hab... Oh, oh! Ich hab da was gehakt. Eine Riesenkrake hab ich gehakt. Ach ja, jetzt haben wir noch noch schönes Regenwetter hier. Bestes Angelwetter, was geht? Hui, komm, ihr Krake. Oh, Entschuldigung. Ja, geh doch weg da. Bleiben wir in Ruhe. Angeln hier, dann hau ich dir die Pose auch nicht in meinem Kopf, so. So, ich stemme mich auf den Kürbis. Vielleicht geht das ein bisschen besser. So, jetzt aber mal hier ein paar Schuhe, ne? Ein paar Sommersandalen hätte ich gerne. Ah, dass es jetzt regnen muss. Äh, egal. So, beiß an, beiß an, beiß an. Ah, die Krake, nicht die Krake anbeißen. Da kommen sie. Fische kommen. Hui, wird doch weg. Oh, was haben wir gekriegt? Ne, ich wollte gerade sagen, ich habe schon eine Angel gefangen. Hä? Ach, da oben. Äh, roher Kabeljau. Ich sollte mal irgendwie hier machen, das mal so. Dann sehe ich das besser, was ich denn angel. Das lassen mich alles voll. Da werden die Fische aufgefüllt. Wenn wir was anderes kriegen, wird das direkt in unsere unterste Leiste reingepackt, reingeschmissen. So, weiter geht's. Nicht so viel sappeln, Askamon. Beim Angeln muss man ruhig sein. Und erst recht leise. Nicht so laut reden. Bisschen leise reden. Aber ich muss ein bisschen lauter reden in der Musik. Und wegen dem Regen. So, jetzt aber ein bisschen ruhig. Da kommen sie. Piss. Ui. Fisch. Das war nur Fisch. Immer noch keine Schuhe. Wo bleiben die Schuhe? Wo bleiben die schönen Sandalen? Da kommen sie. Hii. Nee, wieder nur ein Fisch. Ich hätte gern ein paar Sommersandalen. Mit Lana-Maus. Braucht doch welche. Sonst ist sie nachher traurig. Muss sie nachher barfuß laufen. Kommt keine. Weiß nix an. Hallo. Äh. Warte. Hallo Schaf. Willst du mit... Ah, da kommen sie. Wieder ein Fisch. Willst du mit angeln? Sorry, aber ich hab nur eine Angel dabei. Aber da kannst du ein bisschen zugucken. Ja, guck mal ein bisschen zu. Drück mal die Daumen und Schuhe anbeißen hier. Schöne Sandalen. Na, kommt da noch was? Kommt da. Komm, da geht noch was. Komm. Da kommen sie. Hoi. Oh, was haben wir da gekriegt? Ach, da wie... Oh, Wasserflasche. Na, wunderbar. Wo bleiben die Schuhe jetzt? Komm. Schuhe, Schuhe, Schuhe. Ich hab kein paar Sandalen. Oder doch ein paar High Heels. Oh, wie heißen die Dinger da? Egal, komm. Hauptsache ein paar Schuhe. Müssen keine Sandalen sein. Komm, hier den alten... Solche alten Lederdinger. Komm her damit. Mit den Lederschuhen hier. Oh, Kugelfisch. Ein paar Tornschuhe können wir auch noch nehmen, ne? Melana Maus, oder was sagst du dazu? Ein paar Tornschuhe. Ist auch recht. Hm. Und, was haben wir... Ui, ui, ui. Das ist ein... Ist das Nemo? Hallo, Nemo. Klonfisch. Hier ist Nemo. Wie geil. La, 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 la. Ne, jetzt kommt er. Höh. Ne, kommt nicht. Vielleicht kommt la, 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 la. So, und ich soll nicht so viel reden. Ich bin ja schon ein bisschen leise. Jetzt kommt er. La, 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 la. Ui, ein Fisch. Das war nur ein Lachs. Ne, kein Lachs. Äh, Kabeljau. Ich soll aufhören, so rumzujodeln. Schalten die Leute weg. Und die Fische hohen auch alle ab. Und die Schuhe ist recht. Da, 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 da. Hm, 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 hm. Nun kommen wir sind in die Schuhe. Ja, komm ran, komm ran, komm ran, komm ran. Uuuh, schade. Ich kann das eher nicht so rollen. Und? Was war das? Was war das? Kabeljau. Kripa, hinten kommt Kripa. Und es wird natürlich dunkel. Gleich wäre es vielleicht spannend, wenn die Monster... Oh, war das Biss? Monster kommen. Ich glaube, wir schlafen gehen sollen. Aber ich will jetzt nicht zurücklaufen. Wir haben ungefähr... Zwei Minuten, denn sind die zehn Minuten schon rum. Ja, leider Maus. Sorry, ich habe es versucht. Da kommt noch ein Biss. Biss. Ne, waren nur Kabeljau. Keine Schuhe, keine Schuhe. Vielleicht sind wir auch in der verkehrten Ecke hier. Oder wir müssen ans, ans Meer, ans Meer. Vielleicht gibt es da ja ein paar Schuhe. Oder ein großer See. Das ist ja nur hier ein, ja, Fluss. Ne? Vielleicht beim nächsten Mal. Gehen wir beim nächsten Mal nochmal angeln? Ja, vielleicht, ne? Aber ich denke mal, bei der nächsten Folge wird erstmal weitergebaut im Lagerhaus. Muss ja mal fertig werden. So, Biss. Ey, nur wieder ein Kabeljau. Sorry. So, jetzt kommen alte Sandalen. Gib mir ein paar alte Ledergammel-Sandalen. Hier bin ich auch zufrieden. Das sind ja sowieso nicht meine. Das schenke ich ja weiter an die Melanamaus. Schuhe ist Schuhe. Läuft. Lalalalalala. Lalalalalala. Und Biss! Äh, das war ein roher Lachs. So, einen machen wir noch. Dann ist leider die Zeit vorbei. Sorry. Ich hab auch kaum Zeug heute. Kaum Zeug. Kaum Zeug. Ja, Zeug sowieso nicht. Kaum Zeit. Und... Ach komm, machen wir noch einen. Ich wollte auch eigentlich Arno1701 aufnehmen. Aber keine Zeit gehabt, sorry. Sorry, sorry, Leute. Keine Zeit gehabt. Real Life geht vor. Deswegen heute eine schöne Minecraft-Folge. Zehn Minuten. Ist auch schnell rausgehauen. Bisschen angeln. Ich muss euch ja versorgen mit Stoff. Lalalalalala. Die schöne Musik vorbei. Die hat eben wunderbar gepasst. So, letzter Biss hier. Letzter Biss. Aber das war wieder nur ein roher Kadeljau. Ja, ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen. Die Folge war... Ja, war mal entspannend. Ein bisschen entspannend. Bisschen angeln. Und extra natürlich für Melanamaus. Sorry, ich hab's versucht, Schuhe zu fangen. Schuhe zu angeln. Aber ich muss aufpassen, ich komme ein Creeper damit. Ja, und dann heißt es wieder, denke ich mal, beim nächsten Mal, Leute. Schaltet beim nächsten Mal wieder ein. Und natürlich hier für die Neuen, die eingeschaltet haben, ne? Schön abonnieren, teilen, alles was geht. Daumen noch um für alle, ne? Und bis dann. So, genug gequasselt. Luft holen nicht vergessen. Bis dann. Tschüss.